Wenn man mit Dichtband arbeitet, dann sollte man das Gewinde hier – das habe ich ja in meiner Gaswasserscheiße-Lehre gelernt – so ein bisschen aufrauen. Dann bleibt das Dichtband ein bisschen besser am Gewinde haften. So, dieses Überflüssige, das kann man ein bisschen wegschneiden nachher. Sieht doch nicht schön aus.